Trag und Dome Semikolon die in Oberfranken Die zentrale Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerbe in Bamberg, bei einem Brand kam hier ein Mensch ums Leben. In der Nacht zu Mittwoch ist in einer Flüchtlingsunterkunft im oberfränkischen Bamberg ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand ist ein Mensch ums Leben gekommen, mehrere Bewohner kamen ins Krankenhaus. In der betroffenen Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte einen leblosen Körper, teilte die Polizei mit. Um wen es sich dabei handelt, war zunächst unklar. 14 weitere Bewohner der Unterkunft erlitten Rauchgasvergiftungen. Sechs von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei ging in der Nacht zum Mittwoch ein Notruf ein. Der Rauch habe sich schnell in dem zweistöckigen Gebäude ausgebreitet, hieß es. In dem Gebäude waren den Angaben zufolge 163 Menschen untergebracht. Die meisten konnten die Einrichtung demnach selbstständig verlassen, andere mussten von der Feuerwehr nach draußen gebracht werden. Im Einsatz waren rund 30 Polizisten, 50 Feuerwehrleute sowie zahlreiche Rettungskräfte. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Die Ursache war zunächst unklar. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion.